Im Alter in den eigenen vier Wänden zu leben. Trotz Gebrechlichkeit oder leichter Demenz. Das ist der Wunsch vieler Menschen. Treppenlifte, Hausnotrufe oder die elektronische Patientenakte. Es gibt bereits einige sogenannte Assistenzsysteme, um das Leben zu Hause zu erleichtern. Jetzt gibt es auch ein Kompetenzzentrum an der Hochschule Niederrhein zur Forschung für intelligente Assistenzsysteme und Technologien, kurz FAST genannt. Gegründet haben es Prof. Gudrun Stockmanns aus dem Fachbereich Informatik und die Wirtschaftsinformatiker Prof. Detlef Frick, Prof. Bertolt Stegemärten und Alexander Rachmann aus dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften.